hallo hier wollen wir ihnen einmal kurz zeigen wie es möglich ist eine lüftungsanlage in diesem falle hotel mit schwimmbad und saunabereich in der energieeffizienz erheblich zu verbessern hier sehen sie die altanlage vor dem umbau für den schwimmbadbereich hier sehen sie die altanlage im saunabereich wenn wir den mittelstallfuß abrechnen kommen wir auf ein maß von 1,63 bei der jetzigen maschine und da drüber haben wir noch luft bei der großen maschine gehen wir möglichst an diesem flansch das heißt dann haben wir hier eine koppelung drin und hier unten das gleiche auf der seite aus dem schwimmbad wir können diesen flansch im prinzip hier vorsetzen und dann kriegen wir die maschine mit 2,40 dazwischen auf der anderen seite können wir eventuell den flansch auch da heransetzen dann können wir nochmal etwa 8,9 cm gewinnen mit den technischen daten der altgeräte können wir im vergleich zu den neugeräten eine wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen in diesem falle ergab sich eine kostenersparnis von 7.425 euro pro jahr die entscheidung des hoteliers war sehr schnell klar die neue anlage wird eingebaut durch unsere eigene fertigung sind wir in der lage lüftungsgeräte durchaus individuell an die baulichen gegebenheiten anzupassen lediglich beim tauschermodul können wir keine veränderung vornehmen da dieses im tiefziehverfahren hergestellt wird der grundsätzliche aufbau unserer lüftungsgeräte besteht aus einem ec zu luft ventilator einem ec abluft ventilator einem zu luftfilter eventuell einem heizregister und dem eigentlichen wärmetauschermodul in der mitte des gerätes nach fertigstellung der planung beginnt in unserer fertigung der aufbau der lüftungsgeräte individuell immer angepasst an das objekt korrosionsfreie materialien sind bei uns selbstverständlich danach erfolgt die montage vor ort durch unsere monteure hier sind bereits beide lüftungsgeräte montiert und auch die steuerung ist im betrieb durch die gfk sandwich bauweise sind unsere anlagen sehr leise haben keinerlei korrosionsprobleme und durch die hohe energieeffizienz setzt eine schnelle amortisierung ein durch die individuelle anpassungsmöglichkeit unserer anlagen sind wir in der lage fast jede altanlage gegen eine neue hocheffiziente zu ersetzen wenn auch sie etwas für eine wirkliche co2 reduktion machen wollen dann rufen sie uns an wir schauen uns ihr system an und machen ihn dann ein unverbindliches an wir danken für ihre aufmerksamkeit ihr hdt team